Musik Wie im letzten Video angekündigt, starten wir hier jetzt einfach mal eine neue Serie über die Fachkamera. Und natürlich die Zielsetzung ist auch hier die 1000 Megapixel Kamera. Ich habe mich in den letzten Tagen natürlich jetzt nochmal umgehört im Internet, kann man so sagen. Also einfach reingeschaut, was gibt es an Infos, wo sind Foren und so weiter. Und man findet tatsächlich sehr viel differenzierte Informationen. Ich möchte jetzt hier also nicht hingehen und das Ganze hier nochmal von unten herauf alles nochmal wiederholen. Um was es hier jetzt eben geht, ist, dass ich sage, okay, da ist jetzt jemand da, der hat eigentlich relativ wenig Ahnung von so einem Ding da. Ich möchte aber wissen, was ist das eigentlich, eine 1000 Megapixel Kamera, also was kann die eigentlich, bringt mir das was und so weiter. Ja, also es heißt also, diese Zielsetzung, die ich habe, geht immer Richtung 1000 Megapixel Kamera. Eine 1000 Megapixel Kamera besteht eigentlich aus drei Komponenten. Das erste ist die Fachkamera, das zweite ist praktisch die Systemkamera und das dritte ist die Bildbearbeitung. Diese drei Dinge müssen zusammenpassen. Da gibt es gewisse Hürden, die überwunden werden müssen. Und es gibt natürlich viele Dinge, die man jetzt einfach, ja, wenn man da mal drin ist, ja, merkt man da erst, was geht, was geht nicht. Bei der Fachkamera gibt es praktisch verschiedene Bauweisen. Also hier die Fachkamera auf der optischen Bank, aber es gibt auch Laufbodenkameras und auch noch einige Spezialkameras. Das ist dann etwas, was ich im nächsten Video kurz ansprechen möchte. Bei der Systemkamera ist es so, theoretisch können Sie jede Systemkamera verwenden. In der Praxis ist es aber doch eingeschränkt. Sie können zum Beispiel in der Praxis keine Vollformatkamera verwenden. Da werde ich dann eben auch darauf eingehen. Und es geht auch darum, wie funktioniert eigentlich eine Systemkamera. Also für die meisten ist das ja, ja klar, man druckt halt drauf und gibt es ein Bild und so weiter. Ja, aber wie funktioniert das eigentlich, dass aus einem optischen Bild eine digitale Datei entsteht? Können Sie mir erklären, ja, wie das eigentlich so funktioniert? Was ist jetzt der Unterschied zwischen 8 und 16 Bit? Ja, und da zwischen 100 ISO und 1000 ISO? Ja, und wie kann das funktionieren, dass man mit einem Sensor, der ja nur Helligkeitswerte unterscheiden kann, dass man da ein farbiges Bild macht? Also da würde ich alte Schulungsunterlagen hervorholen und möchte das auch noch einbringen in diese Videoserie. Der dritte Schritt ist dann die Bildbearbeitung. Ich muss klar sagen, ja, man muss ein gewisses Können haben, aber das ist wirklich eher Routine als im Verhältnis zu dem, was ich bei meinen abstrakten Bildern mache, ist die Bildbearbeitung hier sehr einfach, muss eben sauber und präzise ausgeführt sein. Eine der grundlegenden Fragen, die eben auch kommt, ist das, ja was bringt das eigentlich, 1000 Megapixel? Ja, also wenn ich heute so diese ganzen Kameravergleiche sehe, also da muss ich schon sagen, ich muss manchmal wirklich sehr tief durchschnaufen und mir manchen Kommentar natürlich verkneifen. Nimm mir mal als Beispiel, ja, den Test von einer Handykamera, so einfach mal die Google Pixel 7 und 8 gegenübergestellt. Da gibt es jetzt einfach so einen Test, wenn wir da reinschauen, ja, dann sieht man also diese Vergleiche und wenn man da jetzt hinschaut und dann so noch einen Ausschnitt macht, so ein Drittel von dem und das gegenüberstellt, ja, dann sieht man da so riesige Unterschiede. Ich will Ihnen einfach jetzt hier noch zeigen, welche Unterschiede gibt es eigentlich jetzt zwischen einer 50 Megapixel Kamera und einer 1000 Megapixel Kamera. Das, was ich Ihnen jetzt hier zeige, ist eigentlich nur ein Ausschnitt, ich möchte mal sagen, aus diesen Kobold Videos über die Architekturfotografie. Bei diesem Video über die Architekturfotografie ist viel zu viel drin, also da geht es los mit Orgelmusik und wie man das mit der Fachkamera macht, dass man drei Bilder braucht und dann stelle ich es gegenüber. 50 Megapixel Kamera, die korrigiere ich dann schnell und sage dann, ach, bis DIN A3 sieht man eh keinen Unterschied, lohnt sich der Aufwand gar nicht und, 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 also, und ich muss hier einfach sagen, ja, für einen Nichtfachmann ist da viel zu viel drin in diesem Video. In diesem Video wird aber sehr deutlich, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einer 50 und einer 1000 Megapixel Kamera. Als ich das Video gemacht habe, da hatte ich es tatsächlich selber, das zum ersten Mal so im Detail angeschaut und habe da einfach, ja, meinen Kommentar dazu gegeben. Also das ist echt, da ist nichts gefakt, das ist wirklich dann so, also sieht man das auf dem Monitor und ich will jetzt hier einfach diesen, ja, Clip-Ausschnitt hier jetzt einfach nochmal zeigen. Schauen wir jetzt mal hier ins Detail hinein. Ja, bis zu dieser Bildgröße ist es so, dass Sie jetzt hier zumindest auf dem Video noch nicht so riesige Unterschiede feststellen können. Hier kommen wir jetzt aber doch in den Bereich hinein, wo man ja schon sehr, sehr pixellig wird. Da sieht man hier jetzt also wirklich noch gar nichts. Ja, und wenn wir jetzt hier noch weiter hier reinschauen, also da sind wir jetzt schon bei der Pixelgröße, da haben wir jetzt nichts. Und selbst wenn wir jetzt hier noch sehr viel weiter hier reinfahren, haben Sie immer noch sehr viele Details. Also es ist wirklich faszinierend, weil man hier Dinge sieht, die eigentlich sonst überhaupt nie irgendwo sichtbar werden. Also wirklich nur, wenn Sie jetzt hingehen würden und würden mit einem Pfandglas jetzt hier hineinschauen. Also ich habe, wenn man das, so eine Datei vor sich hat, hier ist es halt einfach Schluss. Also da sieht man nichts und hier, ja wirklich, also Sie sehen hier, selbst wenn wir jetzt hier in diese Details hier reingehen, würden wir jetzt das Ganze hier mit dieser Kamera hier realisieren, dann sieht es so aus. Also das sind irrsinnige Unterschiede, also da geht es jetzt nicht um 50 oder 100 Megapixel, also das rechte Bild hat ja auch schon 50 Megapixel und 100 Megapixel, das wäre ja nicht einmal halb so groß. Also wenn wir ein Bild halb so, ein Pixel halb so groß hier hätten, dann wären wir ja schon bei 200 Megapixel. Also hier ist es so, wenn es um solche Anwendungen geht, wo man wirklich jetzt ins Detail reinschauen kann, da haben wir hier Reserven, die sind absolut crazy. Anders kann ich es also wirklich hier überhaupt nicht sagen, also als ich diese Bilder hier ausgearbeitet hatte, also es ist so, dass man sagen muss, Wow, ja, also das ist, da sieht man die kleinsten Details hier, ja, wobei hier ist ja, ja, ist nichts mehr hier, da geht nichts mehr, ja. Also, das sind Unterschiede, die sind wirklich ein bisschen anders, möchte ich sagen, wie das, was wir jetzt also zwischen Google Pixel 7 und Google Pixel 8, ja, einfach groß verkaufen, ja. Also das sind wirklich Welten dazwischen, also wenn Sie das sehen, das ist das Gesamtbild und das hier ist der Ausschnitt und dieser Ausschnitt hat immer noch diese Qualität. Um das geht es, ja, es geht also nicht um eine kleine Bildverbesserung zwischen 24 und 36 Megapixel, sondern es geht wirklich um eine komplett neue gestalterische Welt und da ergänzen sich dann auch viele neue Möglichkeiten daraus.